Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone. Ich bin SirPyronRP und in dieser Folge habe ich einen besonderen Gast, einen Kollegen von mir. Ja, stell dich einfach vor. Hey, what's up, Leute? Ich bin Diffy, GPP Play und wir wollen einfach mal eine chillige Runde Hearthstone-Song. Yo, Diffy will wieder auf die Schnauze. Kanal von Diffy findet ihr unten in der Beschreibung. Relativ neuer YouTuber, guter Freund von mir. Ja, fangen wir an, würde ich sagen. Fangen wir mal damit an. Ich fange mit etwas Leichten an, damit du dich so eingewöhnen kannst und dann sind wir weiter. Wirkt Jaina, Alter. Weitere Abpack, Decks. Ja, merk schon. Ja, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Oh mein Gott, das sieht richtig scheiße aus, Alter. Ich tue eine Karte weg und direkt die beschissenste Karte immer im Game. Ja, das ist mal Sinister Strike. Danke für die drei Schaden. Gern geschehen. Oh mein Gott, jetzt sag mir nicht, du hast ein Merlock Deck daraus gemacht. Nein, 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 nein. Ich wollte schon weinen. Warum? Ich hasse Merlock Deck, Alter. Das ist genau wie mein Krieger Rush Deck, weißt du. Ja, dafür habe ich den Boss Merlock. Ja, zum Glück. Mein Gott, du bist ne Nervensäge. Ja, kein Ding. Ich weiß gar nicht, was ich beim Mage jetzt umgebaut habe. Verdammte Kacke. Ich will gleich mal gucken. Ich will gleich mal direkt auf die Kacke hauen, oder was? Ja, ich habe schon 5 Damage gefressen, ey. Ja. Und gerade mal 3 Mana, Alter. Egal, aber immerhin bist du dein Vieh losgeworden. Oh mein Gott. Endi, das läuft grad nicht. Was soll denn der Bullshit hier? Yay. Und ich bin da, perfect. Willst du wieder 2 absehen? Ja, korrekt. Ja, ich bin ja nicht so. Ich will dir ja eine Chance geben, weißt du. Ja, ja, ich weiß. Ich bin ja netter. Ja, danke. Ich darf ne Karte ziehen. Fette Sache. Halb so wild, halb so wild. Oh mein Gott. Wenn du wüsstest, was für ne Karte das ist, ne? Würdest du nicht sagen, halb so wild. Ähm. Ich hoffe, dass ich sie noch nicht legen kann, dass da alles fehlt. Hier we go. Wollen wir noch mal. Was haben wir denn hier schön aus? Bisse Junge! Es gibt wieder nur Bullshit. Ich hasse Mage, Alter. Oh mein Gott. Das ist direkt Knicken. Aber den kannst du ja erstmal nicht kaputt machen mit deinem komischen. Also du hast Cocknuss, Attentat. Oder sonst irgendein. Ey, das fasst sogar. Hau rein. Na, war gleich. So. Alles mal auf den Maul. Ja, ist gut, wenn man die Decks kennt mittlerweile so. Ja. Ja. Oder die Karten. Der 0-2er macht dich fertig. Vertrau mir. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh, bitte. Oh, bitte, bitte. Na, der stand nochmal. Ähm. Klarer. Destroy this minion. Das geht. Krieg ich drei Karten. Aber ich hab noch nie drei Karten bekommen. Ja, weil die Karte immer Schrott gemacht wurde, ne? Ja, immer instant. Sofort. Digga, ich hab nur, oh nee, drei Karten. Nee, das geht nicht, mein Sohn. Gut. Die hätten wir schon mal raus. Das freut mich. So. So. Du kriegst drei Karten. Kein Ding. Ja, nice. Nummer zwei. Und Pisse, Pisse. Und, ah! Lass mich raten. Pisse. Oh, ich hab endlich mal ne gute gezogen. Aber erstmal müssen wir hier gucken, wie wir das hier alles so ein bisschen Hand haben. Fangen wir mit dem an. Okay. Kriegen wir ja schnell. Das müsste ja schnell platt gehen. Jo. Kopp Nuss. Na mal ne Karte ziehen. Cool. Kopp Nuss. Junge. Na ne Karte ziehen. Das hasse ich auch beim Schurken. Der hat kein Damage die Karte. Er hat vielleicht vier Damage gekriegt, das war ja jetzt nicht so prickelnd. Egal. Vor allem, ich hab dich glaube ich erst einmal angegriffen. Richtig gut mein Sohn, richtig gut. Problem ist, der hat keine Rüstung wie beim Krieger, weißt du? Jaja, ich weiß. Egal, das wird schon. Aber dein komischer armen Ritter ist jetzt erstmal weg. Muss das sein. Ehrlich. Okay, ab nächster Runde geht's los. Hahaha. Oh, warte mal, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, juhu. Sehr gut. Ah, die Karten hast du raus, ne? Ah, super. Ich bin freut, das herz. Richtig. So beautiful. Jojo. Ah, jetzt warte mal. Ach, jetzt kommt da noch ne Karte. Richtig bootyfull. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 10 AP. Ernsthaft, Alter. Ja, okay, das ist nicht so schlimm. Das ist halb so wild. Bootyfull. Ähm. Hm. Hm. Wie, wie machen wir das jetzt? Das, das, nö. Wir machen erstmal das, ja. Nicht so schlimm. Und dann machen wir den hier. So. Dann machen wir den hier. Oh. Ja, muss ja passen. Muss ja passen. Muss ja passen. Ich kann die Karte schon vor mir sehen. Flamestrike. Alles weg. Ach ne, vergessen. Klappt ja nicht. Das klappt ja nicht so ganz. Na doch. Kannst du ja halt killen. Na, die ist ja okay. Ja, natürlich könnte ich. Mach ich auch. Das sind acht Schaden, ne? Das könnte weh tun. So, ab nächster Runde, ich habe, okay, ich habe, Spielleben mehr. Erstmal ein paar Karten ziehen, ja. Erstmal wegspringen. Schon mal weglaufen. Ja, das sieht doch, das sieht doch nicht so scheiße aus, wie ich gedacht hab. Das sagst du gleich nicht. Das kommt gleich bestimmt erstmal UGA. Ach ne, nicht UGA, UGA. Okay, da ist ja kein Mana mehr. Da kannst du ja nichts mehr setzen, meinen Sohn. Ja, das wird schon. Nächste Runde wird hart für dich. Oh. Das ist egal. Was macht die nochmal? Oh, guck mal. Das macht die. Zwei Damage gegen alle, ne? Gegen alles, was auf dem Feld ist. Selbst gegen mich. Außer sich selber. Ja, das ist ja okay. Das ist ja okay. Machen wir folgendes. Machen wir die, oder? Geh mal wieder zurück auf die Hand. Er mag dich nicht. Oh, das ist aber ne Suse-Karte. Die auch? Ja, die auch. Schlecht. So, als nächstes. Muss ich meinen Zug genau überlegen. Was ich jetzt nicht... Weißt du was? Noch einmal kochen. Wir schauen erstmal, was dein Bullshit da ist. Okay. Dann hast du... Der Rott ist nicht schlimm. GG. Oh, was? Oh, nice gespielt. Ah! Amor. Er kriegt Amor, du Ficker, alter! Ähm... Kur needed to... Ah! Fuck you, alter. Du bist so ein Wichser, oder? Ja, das ist... Du rufst jetzt gleich die Siebner-Karte? Richtig! Verbefدw埃 mal an, dann hast du noch zwei Dirber! Ich setz die 7er Karte, beende mein Zug und du bist tot. Komm, mach los. Warte mal. Vielleicht kann ich noch was reißen, Alter. 5 Mana, ja, ich hab auch noch Kartenaufwand. Ja, halt's Maul, ich weiß, dass ich aus... Ich will nicht verlieren. Fick dich. Fick dich, hier. Greif die neben dir an. Passiert nichts, super. Fuck you. Nein. Fuck. Fuck, ich war zu übereifrig. Boah, die 8 Rüstungen haben dir auf jeden Fall den Arsch gerettet, Alter. Ich dachte, du hättest Dingens. Fuck. Alles ist halt verkackt, Alter. Fällt dir gut an. Ich hab mir gedacht, Alter, hoch, gut, komfort im Fall, meinst du so. Ey, ich hab mir zu viel Damage selber gemacht. Ja, die Karte ist auch Baron. Fick dich in den Arsch, Alter. Ist auch übel zart. Wie dem auch sei, ich bedanke mich für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Viel Spaß noch. Ciao. Bis dann. Ciao.